Hallo, wir sind hier auf der Finca Cantalera in Sant'Ani, Südosten der Insel. Wir sind als Großfamilie hier nach Mallorca gekommen mit neun Erwachsenen, vier Kindern und sind auf dieser wunderschönen Finca gelandet. Es ist wirklich traumhaft hier, der Moment, als wir angereist sind, war wirklich genial. Wir haben uns sofort wohlgefühlt, viele Details, auf die geachtet wurde, wo wir uns auch einfach wohlfühlen und jeder auch so seinen Platz hat. Das hier ist das Haupthaus von der Finca. Ihr seht hier den Pool und den Whirlpool auch, das ganze Gelände. Hier ist noch ein kleiner Teich und das Nebengebäude, wo auch noch mal eine Familie von uns wohnt. Also es ist wirklich genial. Von hier aus können wir auch verschiedene Strände und Orte besuchen. Wir haben auch Touren in Richtung Palma gemacht oder auch im Norden. Wir sind Ende April hier, das Wetter ist super, wir genießen es wirklich. Also der Urlaub hat sich für uns total gelohnt. Auch das mit Finca Yorker zu machen, die ganze Abwicklung ist wirklich genial. Auch die Verwalter vor Ort sind direkt erreichbar. Haben wir auch persönlich getroffen. Die ganze Abwicklung war gar kein Problem. Genau und jetzt heute genießen wir das Wetter nochmal. Wir werden gleich zum Strand nochmal fahren und einfach so die letzten Tage genießen. Ja und einfach ein Gruß an euch. Ich denke, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, das zu machen. Ja und bis dahin. Finca Yorker. Urlaub dir was.